Willkommen zurück zu Schönen Ninjas Let's Plays und Kingdom Hearts The Final Remix. Wir sind immer noch bei The End of the World und haben hier gerade einige Prüfungen hinter uns gelassen und für jede immer ein, ja, überhaupt eine Belohnung bekommen wie ein seltenes Erz oder ein Stein. Wir waren gerade hier in einer seltsamen Kammer, die wir bisher noch nicht kannten. Das ist die Dracula. Wenn wir wenigstens fliegen wollen. Alter. No Hero Edition. Das wäre eigentlich ganz einfach. Seine Attacken sind natürlich sehr stark, aber wenn er nicht dazu kommt zu lang, hätte ich mal nichts gebracht. Da war es doch ganz gut, dass ich eben nochmal zurückgegangen bin und gespeichert habe. Das ist alles gut, aber auch gut. Ich hab euch einen Schottisang bei dem... Lass, 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 Lass! Oh nein! Ah, dann! Was? Komm, komm, komm! Ein Hoopter hat sich schon so viel Schaden gemacht. Ich war nach 4.000 mit der Paarung. Happy Hoop von Sora und Abwehrkraft von Guri. Aber ehrlich gesagt sagt mir der Kampf gar nichts. Ich glaube fast, ich hätte den... Bei dem normalen Kingdom hat's nicht gehabt. So, was ist ein Paragliter? Beim Gleiten die Otas gedrückt hätten, um schneller zu fliegen. Aha. So, und er hat ein Level Up mit AP. Dann kann ich jetzt Combo Master reinmachen. Könnte ich davor schon, okay. So, das sind nur Attacken, die ich noch nicht drinne habe. Das ist nicht weiter schlimm. Hauptsache ich hab die ganzen Passivfähigkeiten. So, Goofy hat alle Fähigkeiten. Jackpot hatte er schon am Anfang, okay. Das sind wirklich nur Attacken, die ihm fehlen. So, da geht's weiter. Wie komme ich hier sonst wie zurück? Ich guck erstmal, ob hier noch was ist. Ich guck erstmal, ob hier noch was ist. Ich guck erstmal, ob hier noch was ist. Gänger. Na, wo war jetzt die Tür? Da. Sieht fast so aus wie das gleiche Gebiet, nur dass ich nicht fliegen kann hier. Boah, manchmal nervt es, dass er sich festhält. Okay, dies muss der Weg aber an der Seite und nicht unten. Sieht ein bisschen aus wie Halloween Town. Alter, was ist denn hier los? Achso, das ist das andere Gebiet. Ah, sehr schön. So haben wir die Verknüpfung. So mag ich das. So, ich bin von oben gekommen. Oh, ich bin da. Alter. Sag du was. Dahinter geht's ein Endpost, glaube ich, hinter der Tür. Können wir da bitte umfallen? Die sollten wir nicht in der Saure stellen. Der ist größer als die anderen. Ich komme nicht so einfach drauf. Sein Arsch ist zu dick. Okay, ein Teil geschafft. Ich muss noch drei. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Das ist so nervig. Einer macht es und der andere greift an. Kann nicht dazu anzugreifen. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Können wir jetzt wieder die Attacke machen? Das ist ja nicht so zu kommen. Wow! Komm schon! Und dann anzugreifen. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ich komme aus. Oh oh! Uh, scheinbar. Bin der Dock dann schon scheiße. So, jetzt soll ich eben etwas. No, ich kenne mich diese Einzigen. Schon so, ich bin ein, Herr Schatz. Oh, ich muss nichts sagen. Oh, da hinten ist ja noch einer, der sich versteckt. Oh, noch ein Kampf. Wegen so einem kleinen Splitter hinten in dem Portal noch. Eine Schweinerei. Oh, das ist so mies, wenn die abbleiben. Ich hoffe, ich dazu hast sie noch. Das ist auch gut. Ich habe das erste Mal. Hoffe ich zumindest alle hat. Dann könnte ich noch eins. Heidung, dann war gut. Oh, ich mag es mir direkt in den Donut, der kommt. Oh. Ah, im Rathbekan. Das ist gar nichts kaputt gegangen, was soll das denn? Jetzt haben wir's, oder? Ja, Pause.